Die Box ist da und jetzt hole ich mein Auto ab. Die Box ist da und jetzt hole ich die Box. Der erste Blick auf mein neues Auto, da steht er in orange. Sieht das gut aus. Gleich erfolgt die Übergabe. Das ist die Leere, wo man das da rein kommt. Sogar ein Unterfahrkeil über zur Serienausstattung. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. Das Ding fährt über Kopfsteinpflaster. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. 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 Da haben sie wieder einen Blitz aufgestellt. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. So kann man sein Auto natürlich auch laden. Es gibt verbesserungswürdige Lademethoden. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause. Die Ausfahrt vom Autohaus nach Hause.